hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es mal wieder skyblock zusammen mit dem miko muck das gab es ja schon lange nicht über das format aber jetzt kommt wieder eine folge ja und bei mir auch gleich mit facecam ich muss nur noch schnell record drücken heute gibt es etwas besonderes und zwar im splitscreen das heißt ihr seht nikola selle sicht und meine sicht wenn wir es gebacken kriegen heißt das nicht das gebacken kriege aber höchstens wenn ich das sind ihr seht schon hier ist einiges passiert bei mir naja guck mal da drüben obwohl die die folge hat ja schon aufgenommen das da war also das muss ich das machen mal ein weiteres naja Prozent anstehen ich glaube ich habe ein bisschen irgendwas verschlagen was er nicht verschlagen er irgendwo bei mir im hauen ja genau ne Robben ja hast du Weizen nein ich habe gerade zehn von den Dingern verschlagen ähm und ein Weizen rausbekommen weil die im haus sind einfach keine schwere was denn in dem haus in meinem richtigen haus dass der wird doch der neue Schock ach so ja du kannst auch hier durch damit du nicht immer die Monster da reinbringst ja guck schädig und ich möchte hinsetzen warum er hinsicht das ist doch eh scheiße das ist aber schön was welches 1 na welches das wo ich gerade habe in deinem haus mein großes danke wo ich vor allem nicht weiß was ich hin mache ich wollte vielleicht in der zweiten halbaut ein und hat dann noch weiter ein Teil der Kommerz der Einladung da ich kommen die Sprechung für die Bundeskanzlerin in der Hölle da muss es wohl in der in der und da er hat er wird so auch reinlaufen was ist alle anderen was er ist er nicht wieder ein paar Prozent und Schader, au, das brennt NEIN, NEIN Schlag's runter, war pisse schwarze Schwarz Es gibt jetzt Hummelfleisch Ist das sowas nur 1.8? Ja, 1.8 und 1.7.10 Ich glaube aber nicht, dass es so ein Hummelfleisch gibt Ja, das gibt's auch noch nicht, aber trotzdem Es gibt auch die Crafting-Retrie Die Crafting-Retrie Die Craf-Retrie Nicht Ja, die gibt's noch nicht Ich habe, also die gibt's schon Die sind ja gespeichert, aber Wie ist das Leinbord der Säbel? Wenn ich den lege, dann steht da Dann steht da gar nichts, dann ist da kurz dritt Nicht mehr Haka, oh, das ist doch nicht Aber jetzt eigentlich alles ausgeleuchtet Sie sind doch über Fackeln Ja, vielleicht Ja, doch nicht Du spackst das alles in die Kiste Keine Ahnung, warum Weil er ist schlau Weil er ist schlau Ein schlauer Heinz-Peter Nein, nein, ich hab nicht das Die Falteger Kaube und verschlagen Ja, lass mich wieder nicht ab und lebt schon wieder Bei mir geht's relativ Seh mich so, wie du es immer nennst Bambusohr-Internet hat Das leckt so scheiße Eigentlich kann man ja sein Soll ich mal noch deinen in meinen Ping gucken Da oben Ich hab garantiert keinen guten Ping Da, nee Es gibt Es gibt zwei mit Drei mit nen relativ Schlechten Ping Und du bist nicht dabei Du hast nur einen Strich weniger Naja Ich hab nen 22er Ping normalerweise Los, braun Jetzt ab, danke So, auf meiner Farbe Alles Harvesten Harvesten Hast du jetzt deinen Hier Shader drin? Den Shader, den hab ich schon immer drin gehabt Hä, bin ich irgendwie Bambusohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr Komm mal her Ja, was haben sie denn? Hier hab ich die Reihe gebaut Aber wenn du hierhin gehst, steht da schon Left Nikomox Island Left Island Hä, lol Ich kann die Blöcke immer setzen Die Insel ist irgendwie näher gekommen Oder bin ich paranoid? Vielleicht sind mir eine wandernde Insel Und eine Schildbrüte klebt und so Nö, das liegt daran, dass hier kein Wasser ist Deswegen kann ich hier kein Zuckerrohr setzen Oder? Okay, hier ist es nicht kleiner geworden Klipp gehabt Die Zombies unter deiner Hütte nerven Nur weil du da überall sowas hin platziert hast Die kommen doch eh nicht Oh mein, jetzt lass mich doch mal diesen scheiß Block hier bauen Ja, die kommen nicht Ich bin schon mal runtergetaucht und hab den runtergeschlagen Dann hab ich da überall Fackeln hingemacht Aber irgendwie kommen die ja trotzdem immer wieder Naja, scheiße Probs nimmt er wieder mit Facecam auf Ist doch gut? Nein, das ist nicht Warum? Dann nimmt man den Ton auf Schlau Dann werde ich mal ganz kurz Geht das, dass ich das umstellen kann? Weiß ich doch nicht Ja, da geht's Nein Wo wird es in die Schäden nach dunkelheit? Was? Hallo? Ich will mit meinem Ich will mit meinem Ich will mit meinem Hallo Ja, ich kann sie einstellen Rass Ich hoffe das, dass man, wenn man aus Minecraft rausgeht, dass das sofort minimiert wird Das nervt ganz schön Beim Robin Ja Hast du schon ins nächste Update geguckt? Ins Minecraft Update? Ja Was in sollten Gibt's auch nur ein neues 1.8.1 ist doch das neueste, oder? Ja Da sind bloß Backfixes drin Mehr ist da nicht Ja, ich weiß Deswegen, ja Irgendwie hat Minecraft schon mal bessere Upd-Zeiten gehabt Ja, alles Microsoft wegen Microsoft Kannst du mal 16 Erde kaufen gehen? Wofür? Ich bin zu meiner Inselarbeit dann eigentlich fehlt dir ein Erdblock, deswegen habe ich eigentlich genug Geld für 16 Erde, oder? Monet? Äh, ja Wo hast du mir immer noch nicht mein Geld, dass du mir schon das zurückgegeben? Nee, das entschuldige dir 2.000? 2.000? Ja, ja Zusammengerechnet schon Die Zuschauer können ja mal ausrechnen, indem die Ja, alle unsere alten Folgen gucken Ja Ja Nicht gerade alle Mach das mal an, wir haben auch nicht viele Das ist glaube ich 8, äh, oder? Keine Ahnung 8.000 8.000 Er ist heute der Erste Wow, Robin, das hätte ich jetzt nicht gedacht Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben In der Serie ist es besser als erdacht Die Welt hat herumgegammelt mit 6,20 Euro IN 48 Euro da ist Her Dünchen so die wir in der Art der Pfeife da ist es zu spät reagiert aber trotzdem . Pfeife aber das ist nicht viel da macht mich irgendwie heute besorgen ja, was ist das neu gefeiert? Juhu! Hä? Juhu, hä? Ja, ich verkaufe ja Kakaobo und dann Titter, du hast keine 16 Inks-Sex. Ja, du musst auch Inks-Sex hinschreiben, Kakaobo und heißen Inks-Sex. Inks-Sex. Inks-Sex heißt Tintensack. Nein. Inks-Sex heißt auch Kakaobo und hast du weit behindert. Ich werd's immer Kakaobo oder wie das heißt nennen. Schreib einfach die ID dahin, dann geht's auf alle Fälle. Ich hab das doch schon lange verkauft. Ach so, du meinst im Shop-Boer. Oh ja! Meine Arzt ist kaputt, ne? Dann brauch ich das jetzt halt mit der Hand, wie die richtigen Holzfäller früher. Mit der Hand haben sie den ganzen Wald gefällt. Ich hab grad mal 200... Sonst hätt ich da immer viel mehr. Kann da sein, dass er das Geld schon nie wieder verkleinert hat, was man da bekommt? Kann sein. Was muss jetzt sein? Außerdem ist es eh Skyblock. Wer hat da schon was Aufregendes erwartet? Was fehlen uns denn noch so viele Farmen? Was können wir denn noch bauen? Keine Ahnung, gar nichts. Kartoffeln haben wir schon. Kartoffeln, ich meine Mobfarm oder so, geht das? Ne, ne? Mobfarm könnten wir bauen. Wie denn? Wir haben ja keine Spawner da. Trotzdem haben wir so einen riesen Raum machen, wo es dunkel ist. Ja, toll. Ja, aber dann könnten wir bauen. Er hätt mal ein Haus benutzen können als Mobfarm, was ja eigentlich geplant war. Und dann hab ich gedacht, ich mach mir einfach mal ein viel zu großes Haus drauf. Ich werd mir jetzt ein Lager bauen. Hier, guck mal. Bei Mobfarm hast du Farm Items. Type slash store. Ja, das kostet denk ich mal richtig... Ah ja, nicht denkst du, das weißt du, weil das voll logisch ist. Du hast mich nicht... Sag mal... Du hast da hinten ne riesen Zuckerrohrfarm. Kannst du die bitte benutzen? Ach doch. Warum ist dann meine Farm immer leer? Weil ich nicht immer mit Abfälle, wenn ich irgendwo hingehe. Siehste! Ach, ich darf zwar deine mit benutzen, aber trotzdem. Siehste? Ne, irgendwie nicht. Hast du... Also Robin... Hast du zufällig ne Schaufel? Ne. Ich muss mal meine Kisten durchwühlen. Ach Robin... Warum eigentlich? Du baust den Baum komplett ab, oder? Wieso? Die sind doch alle komplett abgebaut. Guck mal nach draußen. Ja... Ja... Und der andere ist schon hier neu gewachsen. Der böse... Bug... Der böse Bug... So dann... Ja... Ja... Oder doch... Hier hinne Truhe, da hinne Truhe... Boom... Ich weiß... Wieso gerade war Sander? Nein, das war... Hast du nicht gehört draußen? Ja doch... Hab ich... Ne... Hab ich nicht. Ich hab's nur über dein... Was ist denn jetzt gerade übel aufgeknallt? Ich hab das nur über deine Kopfhörer gehört. Okay. Über dein Mikro... Ah! Wasser! Ich hasse Wasser! Ich hasse Wasser! Deswegen... Tu ich gleich in das nächste rein. Ich bin ja mit Absicht reingefallen. Oh, Alter! Leck! Oh, Alter! Könnt ihr euch mal ein Fein? Zack, dann... Kann man eigentlich irgendwie beschleunigen, dass die Eier leben? Irgendwie dauert mir das hier zu lange. Nein, kann man, glaub ich nicht. Die sollen sich mal vergraben gehen. Auch um sein Eier eigentlich so wenig wert. Wenn du überlegst... Dass es von denen endlich gibt. Du musst erst mal einen Huhn haben. Dann gibt es unendlich. Ich kann gut schreiben. Legt man. Aber bei mir... Also ich sehe es nicht. Ähm... Ähm... Was habe ich denn noch? Was kann man noch so machen? Da das eh nicht geht, brauche ich gar nichts mehr... Ähm... Aha, ja, okay. Also geht das auf alle Fälle noch? Ah, da ist ein Zombie draußen auf der Veranda... Leute... Ähm... Hau nicht ab! Nein, das verrottete Fleisch ist in den Abgrund gefallen! Ich dachte gerade, sieht man da noch. Das ist jetzt gerade Tag, ja, ne? Ja, so Tag. Sonstiges... So. Da. Ja. Dann wird das halt eine Aufräumfolge. Ähm... Was räumen wir hier auf? Na, ich räume mal die ganze Lager auf und sollte dir das alles ein. Ähm... Ich hatte ja noch ein Schild stehen. Ja, mir fehlt noch eine Gäste. Das war... Das hier. Das hier. Das ist so. Ich bin gerade in meinem Geheim Versteckrobeln. Ja, das ist schon richtig geheim. Ja, du kennst es nicht. Das muss schon was heißen. Ups. Ich bin hell. Nee, dunkel. Zuck, zuck, zuck. Und... Das ist alles heute. Ähm... Was denn? Mir guckt mal nach draußen. Die Vordertür. Hä? Achso. Oh, Mann. Warum müssen die sich immer in einen Fein stellen? Geil. Ich hab das falsche abgebaut. Also, sein Kabel-Generator ist aber auch... Wie soll ich jetzt den? Ich könnte mich opfern, aber ich hab kein Zeug, um das zuzubauen. Also... Mhm. Ich hab gar nichts davon. Nö, ne? Ja. Sagen wir einfach mal, Robin war schuld. Ich mach das gleich. Ich opfere mich schon. Das ist mein letzter feuerfester Block, aber egal. Ah! Ich bin übrigens erschüttert, dass es bei Minecraft immer noch keine feuerfeste Rüstung gibt. Ich dachte jetzt verrückte ich da ernst tappen. So. Jetzt brauch ich noch einen Block. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, das ist ein Blazerbauer. Woher das? Hab ich dir geschenkt. Von mir aus? Wir machen einfach keine Kiste für Bauwerkzeuge und sowas. Also so für Bauwerker. Ja, ich auch nicht. Obwohl ich das bräuchte. Löcke. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, und schon wieder falsch gesetzt. Obwohl, so könnte es funktionieren. Eigentlich nicht, aber egal. Da ist irgendwo Blöcke drin. Ja, genau. So. Wäuchte ich meine andere Spr... Ich hätte meine Spritzhacke. Äh. So. Ich opfache mich. Oh, wo ist die Kiste mit Werkzeuge, Werkzeuge, Werkzeuge. Habe ich keine Achtung auf die Werkzeuge? Oh. Oh. Aha. Sag, sie funktioniert noch die Form. Hey, die Form funktioniert sogar noch Robin. So. 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 Jetzt habe ich alles so... Ja. Äh. Könntest du mir mal... ... oder könnte ich mir von dir mal drei Kabeln von Burgen oder selber fahren oder was weiß ich? Du könntest selber fahren, weil ich kein Kabelstone mehr hab. Doch, hab ich. Drei brauchst du. Ja. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Oh. Dankeschön. Bitte. Ich fahr mir direkt mal ein bisschen mehr Kabelstone. Hölz Rest ist stark. So. Geht so genau hier, denn wir machen gerade welche Feuerwerke, weil ihr müsst wissen, dass nicht rund drei Häuser voneinander entfernen. Hm. Oder eine große Wiese. Ja, das ist auch vielleicht. Das ist auch vielleicht. Man munkelt. Du müsstest dann vielleicht, um das festzustellen, aus dem Fenster gucken. Wenigstens. Da ist vielleicht immer noch ein Eisenstamm drin, oder was? Robin, geh mal so viel Geld für Diamanten zusammensuchen. Was für Diamanten brauchen wir denn? Drei. Du setzt einfach das da oben hin. Weil ich kein Kabelstone mehr hatte. Also hatte ich zu der Zeit doch ein Stück, aber... ...davor nicht, und deswegen hab ich mir gedacht... Ich tausche das nicht. Nein, du das nicht. Ich will die Lava im Blick behalten. Was ist denn der falsche? Wissen Sie denn so dumm? Nein! Du hast nur in meine Kiste geguckt. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. so 25 kabel so und daraus mache ich erst mal genügend extra im haus einfach immer slime sporn das kann man nicht sein hä, gehen Kisten nicht auf vielleicht, äh... soll ich ja vielleicht mal helfen, ich habe mich schwer dabei ah, ich habe kein Leben vielleicht auch doch keine Ahnung was kein Leben oh, keinem tut zu schein ich habe jetzt das ist ein schiefgang gekriegt in Stadtkraft, weil ich vorher immer von mir genommen habe ich weiß, du hast immer alles an mir genommen Ernsthaft, warum bekommst du eigentlich immer alles? das mache ich mir erstmal hier so kannst du mir bitte die Schleimwälle geben? ich habe keine Ahnung, ach so doch mhm ich finde, der hat aber da sein Müll bei mir mhm, lockerer Kabel als du einigst meine Schere noch äh Werkzeuge, ja mein, Junge ich muss es schaffen du hast meine andere Schere schon in den Arsch gemacht Jürgen, man muss sich in den Arsch machen, weil ich alles erst alle ja, warum benutzt du dann immer meine Scheren? Geht ja selber das Geld vor ich habe genug Geld für eine Schere ich habe genug Geld für eine Schere los, warum glaubst du dann immer meine Sachen? los, jetzt gib mir doch mal die Wolle hat aber auch gedauert so das ist so gut gemacht ja, deine eigentlich würde ich dich noch einsperren äh, das ist bald Blöcke bekommt man so für Melonen nicht so viel das ist keine Honig-Melonen hol dich Honig-Melonen hol dich Honig-Melonen ah, läuft, geschafft wofür brauchen wir denn eigentlich Diamanten, Nikolas? damit ich dieses scheiß Nether-Portal in den nix mal wegmachen kann eine Diamantspitzhacke? nein, ich bin damit immer noch ins Nichts gefallen sonst könnten wir wir brauchen 5 Diaz dann können wir ein Enchantment-Table machen wofür brauchen wir ein Enchantment-Table? zum Enchanten wofür müssen wir Enchanten? das Zeug geht doch eh immer ein Arsch damit wir alles haben wir brauchen auch nur 34 Eisen für Lambas ach echt, das habe ich gerade erwähnt 34? ich weiß nicht 3 Eisenblöcke nein 3 x 9 sind 27 und 4 oh Gott 3 Eisenblöcke ja, 3 Eisenblöcke ach so, ich hab ja genau egal bäh ich bin abgehärtet gegen Pfeile zwischen die Augen das kann ich dir auch mal zwischen die Augen stecken wenn du jetzt durch dich durchfliegt kriegt man die Pfeile trotzdem ist es immer cool oder auch nicht machen PvP, komm man sieht die bloß nicht die Pfeile ooooh kann ich da eigentlich mein Scherz an dir kaputt machen weil wo muss ich hin lass das weiß schon, dass man das so gut wie letzter Eichenholz nein, ich hab noch an meinem Tisch nein, ich hab noch ein Eichenholz das ist die Folge vorbei I think von mir aus die Nähter war zu nerven ok, ich hab doch kein Eichenholz doch ich geh jetzt welches kaufen dann kauf doch welches mach ich jetzt auch, hey aber nur ganz wenig damit ich dir das ersetzen kann äh, das ist doch Eichenholz ja, ne bye so i is home ich hab die 6 aber wenn du unsere Aufnahmen, ähm wenn die eine kürzer oder länger seit die andere was machst du denn mit deinem so tollen Spiel? das ist im Fall egal so, Nikolas, wo bist du? wir müssen uns treffen ich bin link und ich geb dir doch mal das Eichenholz weil ich bin grad ein bisschen dumm und bin in mein Haus gelaufen und hab das in meine Truhe gelegt äh, so komm hier hast du dein Eichenholz deine Eichenholz wie lockst du dich aus? ich hab mich nicht ausgelockt ich wollte nur noch schnell meinen ganzen Kakaobohren verkaufen die ich noch in der Truhe hatte ach so dann mach das mal noch in der Folge mach ich ja auch hab ich gemacht, jetzt hab ich fast wieder 1.000 ich hatte 800 und hab davon dann für 300 Eichenholz gekauft ja, für 320 hab ich Eichenholz gekauft wird auch alles immer teurer ich weiß na, los komm wieder in dein Haus ja, warte doch irgendwie hallo oh, unknaut komm komm ja, jetzt auf immer geht's ich hab wahrscheinlich Hamm eingegeben oder Him oder sowas Him wir wir dass man eine Aufnahme dann einfach noch 3 Jahre weiterlaufen dann schick ist der schlau ähm wo bist du ich bin in dein Haus komm lass die Folge im Metaportal beenden ich bin in deinem anderen Haus absolut äh ich muss noch alles in die Kiste machen und dann ein Loch schließen Geri und Harry bitte macht dass der Meter geht äh die gucken und sehen nicht über diesen Engländer warum sollten die Deutschen zuhören weil ich die abonniert habe also und ach, die haben YouTube-Kanal ja, ja, da ist jetzt ein Giant Harry aber trotzdem egal, komm wir beenden das im Metaportal naja, warte ach, ich tu das jetzt einfach hier rein Nicola findet immer kein Ende, da muss immer alles naja, egal dann danke fürs Zuschauen, lasst ein Like und ein Abo da auch bei Nicola warte, 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 warte so jetzt können wir ja, also lasst ein Like und ein Abo da bei mir und bei Nicola Nicola ist der Kanal in der Beschreibung der Shader ist auch in der Beschreibung und ja äh tschau Leute tschau 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 tschüss